Ab dem 1. Januar 2014 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Souterrain-Wohnung liegt im Rhein-Sieg-Kreis. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie zwei Parkplätze. Die Wohnfläche der Souterrain-Wohnung liegt bei ca. 60 m². Die Gesamtmiete dieser Souterrain-Wohnung beläuft sich auf 640 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.